Oh mein Gott, Freunde, ihr seht schon, wir bekommen die ganze Zeit XP, wir haben schon 167.000, es hört ja gar nicht mehr auf, das ist wirklich geisteskrank. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch einen XP-Clitch, mit dem ihr so krass schnell auf Level 100 kommen könnt, Freunde. Deswegen bleibt bis zum Ende des Videos dran, lasst jetzt schon mal ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und Freunde, tragt ganz wichtig im Itemshop meinen Creator-Code PAMX ein, Freunde. Denn alle, die diesen Code eingetragen haben, haben die Möglichkeit, bei einem Gewinnspiel teilzunehmen. Wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt euren Epic Games Namen in die Kommentare und mit etwas Glück gewinnst du den neuen Battle Pass oder 1000 V-Bucks. Ganz wichtig, Freunde, wenn ihr erfahren wollt, ob ihr gewonnen habt oder nicht, dann folgt mir auf Instagram, der ist einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Einmal reinfolgen, ich werde dann in der Story bekannt geben, wer das Ganze gewonnen hat. Dann starten wir jetzt auch mit dem XP-Clitch, ich zeige euch Schritt für Schritt, wie das Ganze funktioniert. Als allererstes geht ihr hier oben links auf die Lupe und gebt diesen Code hier einmal ein. 3-6-3-0-5-0-8-3-9-1-9-6. Wenn ihr den Code richtig eingegeben habt, sollte der 50 Level davon hier einmal stehen. Da klickt ihr drauf und startet das Game. Und ganz wichtig, es sollte eine private Lobby sein. In der Web angekommen, gehen wir direkt hier rechts zur Telefonzelle. Wir tanzen einmal und sehen schon, Go to a Bonus Level steht schon da oben. Wir gehen ein bisschen nach links und springen dann hier einmal hoch, ziehen uns hoch und tanzen erneut. Und ihr seht schon, wir werden hier automatisch nach links hier gezogen und da steht Bonus auch schon drauf. Wir klären dann hoch und müssten allerdings hier einmal ungefähr 1000 Sekunden warten. Dann öffnet sich hier das ganze Feld und wir können hier die Bonusmünzen einsammeln. So, der Timer ist gleich abgelaufen und dann wird sich hier das Tor hier öffnen und wir werden die Münzen einsammeln können. 3, 2, 1. Und ihr seht schon, Freunde, wir bekommen die ganze Zeit XP. 85.000, 100.000 XP. Wir können jetzt einfach hier langsliden und uns die gratis XP-Punkte hier absammeln. Und Freunde, dieser XP-Glisch ist wirklich mega, mega krank. Wenn ihr das Ganze hier öfters macht, könnt ihr hier so viel XP-Farm und so schnell Level 100 werden. Wenn euch das ganze Video jetzt gefallen hat und ihr mehr XP-Klitches sehen wollt, dann lasst jetzt schon mal ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke auf jeden Fall, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Panex und ciao. Outro